Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute sprechen wir ein wenig über Marvin Vittori vs. Jack Hermanson, aber auch über die nächste UFC-Veranstaltung und zwar mit Tony Ferguson im Co-Main-Event und im Main-Event Davison Figueredo. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne eine Bewertung da bei iTunes oder bei YouTube, folgt dem Podcast gerne bei YouTube, Spotify und Co. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch mal zur heutigen UFC Fight Night. Heute Nacht lief Marvin Vittori vs. Jack Hermanson. Eigentlich hätten wir Jack Hermanson vs. Kevin Holland gesehen, aber Kevin Holland wurde positiv auf Covid getestet. Der kämpft jetzt nächste Woche gegen Jacare Sosa bei UFC 256. Dementsprechend sehen wir jetzt bzw. haben wir jetzt Hermanson vs. Vittori gesehen. Und was soll ich sagen? Klar ist es immer so eine Sache bei Short-Notice-Kämpfen, dass ich davon ausgehe, okay, Vittori hatte nicht eine so gute Vorbereitung, wie es ein Jack Hermanson hatte. Und Hermanson, einer der Top-Mittelgewichte zur Zeit, der wirklich viele besiegt hat, bis er dann von Jared Cannon hier brutal ausgenockt worden ist. Wir dürfen Vittori nicht unterschätzen, der hat eine Split-Decision gegen Israel Adesanya gehabt. Und nun kam es eben zu dem Kampf zwischen Hermanson und Vittori. Und was soll ich sagen? Vittori hat Hermanson in der ersten Runde gedroppt. Sehr, sehr starke Performance. Hermanson hat Takedowns gesucht. Dann gab es auch in der dritten Runde ein bisschen mehr Druck von Jack Hermanson, aber es hat nicht gereicht. Es war nicht genug. Marvin Vittori hat den Outstruck im Endeffekt, hat besser striken können, kam auf dem Boden relativ gut zurecht. Und Jack Hermanson ein wenig einfallslos. Jack Hermanson einfach nicht so stark, wie man ihn kennt. Auch wenn wir wissen, er findet seine Submissions eigentlich immer. So hat er diesmal den Submission-Finish nicht gefunden. Schade. Aber natürlich eine Wahnsinnsleistung von Marvin Vittori, der da kurz auf Short Notice eingesprungen ist, sich diesen Kampf gesichert hat. Und ich meine, das wird ihn in den Rankings auch viel, viel weiter bringen, da er in den Rankings nicht ganz so gut platziert war. Dafür aber jetzt, den, ich meine, Drittplatzierten besiegt hat, blicken wir mal kurz auf die Rankings. Wir haben Jack Hermanson auf der 4 und Marvin Vittori auf der 13. Das heißt, Marvin Vittori wird da einen ganz, ganz großen Sprung machen von der 13. Vermutlich auf die 4. Man kennt ja diese Logik. Er besiegt den Viertplatzierten. Dementsprechend ist er besser, also kommt er auch auf die 4. Ja, toller Kampf. War ganz in Ordnung. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Co-Main-Event. Im Co-Main-Event hatten wir Jamaha Hill vs. Ovin Stain Pru. Jamaha Hill, der nicht eingerankt ist im Light Heavyweight. Und OSP, der auf Platz 15 eingerankt ist. OSP hat diesen Fight verloren. Er wurde gefinisht. Und dementsprechend würde ich sagen, kommen wir auch schon zu UFC 256. Dort haben wir nämlich auf der Main-Card Junior Dos Santos vs. Cyril Gane. Wir haben Kevin Holland vs. Jacare Sousa. Wir haben Renato Moicano vs. Fistev. Wir haben im Co-Main-Event Tony Ferguson vs. Charles Oliveira. Und im Main-Event Davison Figueiredo vs. Brandon Moreno. Und das ist die erste Überraschung, wer sich denkt, hey, warte mal, Figueiredo, ist das nicht der, der erst vor drei Wochen seinen letzten Titelfight hatte? Ja, genau, das ist er. Ne, zwei Wochen waren es, glaube ich, nur sogar. Und dementsprechend kommt Davison Figueiredo schon wieder zurück und kämpft schon wieder, verteidigt schon wieder sein Gürtel. Ein toller Kämpfer, ein toller Athlet. Wahnsinn, ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben. Wenn er sein Gürtel hier erfolgreich verteidigt, dann hat er vier Siege in diesem Jahr plus drei Titelkämpfe, die er alle gewonnen hat. Das heißt, aus diesen vier Siegen waren drei Titelkämpfe. Und drei Titelkämpfe in einem Jahr zu gewinnen, wobei zwei davon innerhalb von drei Wochen stattfanden, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Ich denke, Davison Figueiredo wird diesen Kampf machen. Ich denke, niemand kommt an Figueiredo vorbei. Das ist bei den Flyweight so eine Sache. Das ist beim Frauenflyweight genauso. Niemand kommt an Bullet Valentina vorbei und niemand kommt an Davison Figueiredo vorbei. Welcher Kampf dann doch schon spannender wird, wird das Co-Main. Tony Ferguson gegen Charles Oliveira. Das ist das erste Mal, dass wir Tony Ferguson sehen werden, nachdem er da von Justin Gaethje besiegt worden ist und auch sehr, sehr eindeutig besiegt worden ist. Ich bin immer noch der Meinung, hätte Tony Ferguson sich fünf Wochen auf einen Striker vorbereiten können, dann würde der Kampf ganz anders aussehen. Wir dürfen nicht vergessen, wer Tony Ferguson eigentlich ist. Der Mann war Interims-Champion. Eigentlich jemand, der fünfmal gegen Khabib hätte kämpfen sollen. Charles Oliveira ist auch ein wahnsinnig guter Kämpfer, ein wahnsinnig starker BJJ-Fighter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Tony Ferguson mit Eddie Bravo, seinem Jiu-Jitsu. Und ich denke, Tony Ferguson ist immer noch bekannt dafür, einfach unkonventionell, unorthodox zu kämpfen und auch zu trainieren. Jeder kennt die Trainingsclips von Tony Ferguson, die einfach sehr, sehr abgespaced und crazy sind. Aber genau dafür lieben wir Tony Ferguson. Ich denke, Tony Ferguson wird diesen Kampf gewinnen. Ich denke, ja, wir werden ein bisschen was auf dem Boden sehen. Ich denke nicht, dass Charles Oliveira Tony Ferguson auf dem Boden gefährlich wird. Dafür sehe ich Tony Ferguson zu gut auf dem Rücken. Auf der anderen Seite hat Charles Oliveira auch ein wahnsinnig starkes Striking entwickelt. Die Frage ist natürlich, wie gut hat sich Tony Ferguson von diesem Justin Gaethje-Fight erholt. Die Frage ist auch, wie gut hat er sich damals von seiner Knie-OP erholt. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist auch ein Faktor. Und dementsprechend warten wir doch einfach mal ab, wie Tony Ferguson gegen Charles Oliveira ablaufen wird. Ich denke, das wird ein Decision-Win für El Kukui. Junior Dos Santos trifft auf den nächsten Heavyweight-Newcomer, nenne ich ihn mal. Cyril Gane. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Er ist ein Franzose. Starker Fight. Junior Dos Santos, der ist eine alte Legende, verträgt aber nicht mehr allzu viele Schläge. Ja, schwierig. Vermutlich will man da einfach jemand neues Aufstrebnis gegen einen großen Namen kämpfen lassen. Aber unterschätzt mir JDS mal nicht, der Typ hat immer noch Wumms in den Fäusten. Kevin Holland gegen Jacare Sosa ist ein sehr, sehr spannender Fight. Fast schon besser als Kevin Holland gegen Jack Hermanson, bin ich ehrlich. Jacare hat seine letzten Kämpfe nicht gewonnen und hat auch seine Probleme gehabt. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, dass Jacare prinzipiell zu den Top-Middleweights gehört. Und ich denke, dass Jacare immer noch, immer diese Gefahr ausstrahlt. Du machst einen kleinen Fehler, bumm, er hat die Submission gefunden. Jacare ist ein großartiger Fighter. Kevin Holland ebenfalls, das verspricht, einen tollen Fight. Renato Moicano gegen Fistiev wird ebenfalls ein toller Fight. Und allgemein denke ich, wird UFC 256 ein grundsolider Pay-Per-View. Aber allen voran freue ich mich natürlich auf Tony Ferguson. Auf welchen Kampf freut ihr euch? Falls ihr das Ganze bei YouTube schaut, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank für den Support. Wie gesagt, vielen Dank an alle, die den Podcast bewerten und Co. Und damit würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.